Etwas für die eigene Gesundheit und demselben Zug auch etwas für die Umwelt tun. Dieses Vorhaben will jetzt die Stadt Tübingen im Rahmen der Klimaschutzkampagne Tübingen macht blau fördern. Mit 100 Euro unterstützen die örtlichen Stadtwerke ihre Kunden beim Kauf eines Elektrofahrrads. Zusätzlich dazu konnte man sich am Donnerstag kostenlos über die Räder und das Angebot beraten lassen. Alle die Interesse haben, können alle zwei Wochen die ökologische Mobilitätsberatung im Rathaus besuchen. Der nächste Termin ist am 26. April von 16 bis 18 Uhr.